Und jetzt müsste ich doch... Komm! Einmal noch! Jetzt noch nicht verkacken, weil jetzt muss ich noch auf meinen weiteren Satz gerade zurück. Ach! Geschafft! So, jetzt habe ich das freischalten. Komm, machen wir... Geht das noch nicht? Ich komme hier noch nicht hin. Ich weiß nicht, warum ich hier noch nicht hinkomme. Doch, komme ich. Oh! Das sieht erstmal gar nicht so kompliziert aus. Okay. So. 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 Rückwärts. Vorwärts. Nein, das funktioniert so nicht. Ich muss auf jeden Fall den so rumlegen. Ich versuche mal die rein zu machen. Ich glaube, die sollte nicht zu schwer sein. Ich habe mich jetzt schon verkackt, oder? Okay, verkackt. Okay. Oh! Ich habe hier sogar Farbenwechsel. Das ist natürlich nett. Ich glaube eher... Ich muss die hier da hoch. So. Das glaube ich mal. Dann schieben wir die auch mal da hoch. So. Und jetzt habe ich, glaube ich, verkackt. Weil jetzt würde ich beide herunterschmeißen. Also, falls irgendjemand die Lösung sich schon lange hat, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Also, ich grübel hier rum und grübel und grübel. Aber ich bin halt am überlegen, aus welcher Sicht aus ich am besten... Aber ich habe das noch nicht probiert. Aber wenn ich so überlege, kann ich jetzt... Ah, das wollte ich nicht machen. Die da hochschieben. Kann ich mir die wiederholen? Ich kann mir die nicht mehr holen. Respekt. Dann kann ich... Ich... Die nehme ich wieder da hoch. Ah, Mann. Wobei ist gar nicht so schlecht. Doch, war schlecht. Also. Ich will... Die da hoch. Dann kann ich... So hoch. Kann die einmal runter. Dann kann ich hier runter gehen. Und kann die einmal da hoch wieder. Genau. Und jetzt kann ich... Ah. Die auf jeden Fall hier rüberschieben. Das müsste jetzt funktion... Nie. Rennen. Ich will es nicht verkacken. Ich will die nicht schon wieder... Genau. Zack. Okay. Die ist fertig. Und ich glaube ich weiß auch schon wie ich bei der vorgehe. Ich glaube ich muss die einmal hier rüber. Dann runter. Und noch. Und nochmal runter. Dann... Einmal in die Richtung. Nochmal in die Richtung. Und dann drehen wir es einmal runter und haben es. Oh. Wow. Also. Ich werde mal gucken ob ich dieses Redspiel ja weiterhin mache. Macht mir eigentlich recht Spaß. Vielleicht nehme ich ein bisschen nebenher auch. Ich weiß auch nicht ganz für was diese Plattens hier sind. Oder? Aber es ist schon doch eine recht ziemlich große Welt. Also. Wo man hier irgendwas machen kann. Ähm. Ein paar... Viele Sachen sind gesperrt. Viele Wege kommt man nicht lang. Bisschen Minecraft-artig. Ähm. Ich würde den hier gern noch machen. Aber dafür reicht mir jetzt die Zeit nicht. Deswegen mache ich einfach beim nächsten Mal den hier. Und vielleicht geht es danach mal wieder Cuphead voll. Um... Sauber Pfeil? Oh und im. Seitz. injections. Amis. Wir werden. Wir haben eine всюrolle mit 500ot Eenerm'nund backzzy. Vielen Dank.